Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen in dem Hölle, in der Schlund der Hölle, und zwar im Zefil-Tempel ganz unten. Aber wie kann das eine Hölle sein, wenn wir Maronus mit dabei haben? Na gut, wir haben Maronus mit am Start, der war sogar von Anfang an hier unten. Ich hab mich schon gefragt, wie ich den da oben raufkriegen soll und so, aber das macht ja schon Sinn. Und was sind das für Teile, die machen mich immer noch ganz nervös, ehrlich gesagt. Na gut, aber wir haben ja Maronus, den können wir ja übernehmen. Ich hab mich ja gefragt, wie ich ihn übernehmen kann. Man kann ja einfach die Sonate des Puppenspielers machen, und zwar mit links, nichts, rechts, nichts. So, man lernt auch das Singen und die Tonhöhen. So, Maronus, dann wird's Zeit wieder für die kleine Samenspende, mein Freund. Lass alles über dich hinauswachsen. Oder so ähnlich. Ist das nicht so? Die Kinder sollen einen übertreffen, und hier zeigt er, wie es funktioniert. So, doppelter Baum, und jetzt haben wir den Ventilator angemacht. Was zum Teufel? Kann ich damit jetzt hochfliegen? Oh mein Gott! Boah, ist ja geil! Wo geht's hin? Ui! Nee, nicht wieder zurück ins Gefängnis. Lande! Boah, das war perfekt. Da oben rauf? Nee, brauche ich nicht. Wo muss ich eigentlich hin? Ich hab überhaupt keine Ahnung. Komm! Winde verwehen! Wie macht man das nochmal rückgängig? Zurück! Mit R! ZR! ZR! Ups! Das war so eindeutig das Wüstenlevel-Geräusch von Mario 64. Boah, wird mal wieder Zeit, dieses Spiel auch mal irgendwie zu spielen. Mario 64, darauf hätte ich brauchen. Oh, so. Mach mal nicht so einen Wind, Alter. Ich hör nichts. Das ist ja ohrenbetäubend. Und wenn man mir so viel Wind in den Ohren macht, dann, äh, macht man mein Wind in meinen Segeln bei meinen Segelohren. Nee, so schlimm ist es auch nicht. So, das haben wir. Das haben wir. Ich muss mal eben auf eine Karte gucken. Hier ist irgendwo noch eine Tür. Aber ich weiß nicht, wo. Ist das hier drunter? Das muss ja hier drunter sein. Hey, wieso komm ich da nicht rauf? Okay. Wo ist denn diese Tür? Laut Karte ist genau hier eine Tür. Ist das hier drunter, oder was? Der muss ja, sonst macht das ja gar keinen Sinn. So. Dann will ich aber wieder nach oben, bitte. Das ist, äh, das wäre wirklich sehr freundlich. Ich darf nicht so einen Maronus-Aufzug nutzen, oder was? Doch, darf ich. Ich geh einfach nur hier rauf. Zack. Geh wieder zurück. Mach wieder das Blatt. Ne? Mit so einem Blatt in der Hand gewinnt man jedes Kartenspiel. Denn so macht man einfach... Findet man einfach das gegnerische Blatt weg. Wuii! Uh, wuii! Wo zum Fuck bin ich? Was ist hier los? Oh mein Gott! Komm ich hier noch irgendwo rauf? Macht das irgendeinen Sinn? Jawohl. Hier, Alter. Wow. Gehen wir mal... Landen wir mal hier drauf. Aua! Du dreckiges kleines Stück Scheiße! Stirb! Oh! Aus der Position habe ich doch lieber mal... Auto-Armor gespielt. So, da ist doch der Anfang, ne? Da ist doch mein kleiner Maronus auch. Was ist da vorne? Da komme ich doch auch noch irgendwie hin, oder? Warte mal. Ist da vorne auch was? Sieht aus wie ein Gefängnis. Ah, wie zum Teufel. Ah, mit dem Wind kommt man überall hin. Aber wir gehen da ganz langsam nach Reihenfolge vor. Oh, meine Nase juckt zum Beispiel. Das ist gar nicht gut. Der Wind kitzelt wohl in der Nase. Selbst in der Realität. Ein 4D-Spiel. Unfassbar. Ähm. Guck mal, man kann doch hier... Brauche ich dafür nur... Den Enterhaken? Warte, das werden wir jetzt herausfinden. Brrm, brrm. Ist das zum Randziehen? Und was ist, wenn ich so mache? Weil, ich meine, sonst haben die doch... Keinerlei Bedeutung. Außer zum Randziehen. Aber ich glaube nicht, dass das der Sinn und Zweck der Sache ist. Ah. Wie kann man nochmal... Oh. So. 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 Es macht sich von selbst. Es zentriert sich nochmal von selbst, wenn man einfach aufhört. Zack. Die Ausweichrolle geht selbst mit diesen schweren Schuhen. Boah. Jetzt müsste man quasi ausrechnen, was für ein Gewicht das hat. Weil, wenn das selbst mehr Gewicht erzeugt, als die Bombe an Druck ausübt... Bei einer Explosion, dann muss man schon wirklich, wirklich, wirklich schwer sein. Noch ein Glücks-Amulett. Und man sagt, dass man damit Schmetterlinge im Bauch erzeugen kann, wenn man das einfach jemandem... Nein! 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 Oh mein Gott. Komm. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Oh. Das hat alles seine Höhen und Tiefen. Und ich bin gefallen. Können diese Scheißviecher mal aufhören zu nerven? Nyaaum. Ja, das macht schon ein bisschen Spaß. Das kann ich richtig verstehen, lieber Link. So, wir sind hier jetzt ganz oben. Dieser Seite weiß ich keine Ahnung, was da sein soll. So. Kommt man denn hier hin? Was soll ich denn hier machen jetzt? Kann ich das irgendwie öffnen? Ne, von der anderen Seite nur, wie es aussieht. Ah. Oh, wer denn jetzt schon wieder? Mann, du ungebetener Kackgast. Alter, stirb. Oh mein Gott. Nicht runterfallen. Das wäre ne grandiosi Idee, Link. Das verursacht ja ein halbes Herz Schmerz. Das kommt, wenn man dann so ein bisschen halbherzig an die Sache geht, dann verliert man halt auch seine andere Hälfte. Und das ist wirklich sehr traurig, wenn ich drüber nachdenke. So, ich mag das nicht, dass dieses Ding auf X ist. Zack. Und ich mag auch nicht, dass das Blatt auf X ist. Das ist so scheiße. Aber was willst du machen? Zack. Du hast halt nur begrenzt Platz. Zack. Wofür ist eigentlich L1? Achso, das wechselt die... Das Menü, alles klar. Nein. Das wechselt das Menü. Wie ein unzufriedener Kunde. Im Restaurant. Mann. So ein Scheiß. Ah. So. Wir stellen uns einfach hier hin. Dann dürften wir beide Seiten erreichen damit. Zack. So geht Politik. Man sollte alle erreichen. Es geht natürlich nicht, weil Politik ja immer in eine Richtung geht. Ne? Man wählt immer in eine Richtung. Oh. Schwabbel. Nein. Das, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das fetzt das weg. Wie wäre es damit? Schwabbel. Schwabbeldibabbeldibu. Schwibbeldi, Schwabbeldibu. So. Das haben wir. Und das hat uns jetzt auch nichts gebracht, wie ich das sehe. Da komme ich vom... Da kommt man vom Erdgeschoss irgendwie hin. Oh ja. Mit Maronus sehe ich, glaube ich, gerade. Ich weiß genau, wohin. Ganz unten ist noch der Raum vor dem Boss. Aber hier ist auf der anderen Seite noch etwas, wo ich bestimmt mit Maronus hin muss. Und ich kann mir auch vorstellen, inwiefern. Nein. Nein. Lass dich hängen. Herunter. Und... Ernst? Was? Oh. Ich dachte, er schafft es. Oh. Ich dachte, er hängt sich dann wieder ran. Ich dachte, er hängt sich voll rein, Alter. Aber er verarscht mich einfach nur. Link, Alter. Ist das... Ist das lächerlich? Was soll man dazu sagen? Das war wirklich eine blamable Leistung, mein Freund. Darauf erst mal was trinken. Das ist... Das kann ich verstehen. Das fand ich auch sehr, 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 sehr... Zum Saufen anregend, was du da gemacht hast. Das war nicht gut. Das war alles andere als gut. Wer weiß, was in diesem magischen Tränken drin ist. Deine Leistung lässt mich nach. Wo ist denn mein Maronus? Oh, du dummes Drecksvieh. Stirb. Wo bin ich hier denn? Ach, hier war ich noch gar nicht. Cool, da kann ich rein. Irgendein Gegner. Wer will? Au. Au. Das tat ihm weh, dass ich die Tür... ...betreten habe. Also, au. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hier ist der Trick, einfach nicht die Dinger anzuvisieren. Oh, mein Gott. Sofern war natürlich das Glück hat, auch nicht alle auf einen Haufen zu haben. Oh, beide gleichzeitig getommen. Das war... Ja, sch... Was? Was war das denn? Was stand denn da gerade? Oh, mein Gott. Das war nur, weil mich das so durcheinander gemacht hat. Komm schon. Sei nicht so unfair. Ich weiß genau. Ihr seid so. Und ihr seid nicht so. Ihr seid doch auch wahre Krieger. Oh. Gucke in den Spiegel der Erlösung. Da explodiert er vor Wut. Kein Problem. Kann ich die da runterziehen? Nee, die haben keine... ...Haken... ...auf dem Kopf, ne? Nee, keine Ziescheiben, meine ich. So, jetzt bin ich mal gespannt, was es hier drin gibt. Und? Es wird... ...nur ein kleiner Schlüssel sein. Den ich für irgendeine Tür nutzen kann, ähm... ...die ich dich kenne. So, auf die andere Seite. Das bringt mir nichts. Alles klar, ich muss noch einen runter. So ist das also. Hä, was ist das? Die Kommunikation mit dem Scheiß-Patt hier, oder was? Warum ist die denn auf einmal so schlecht? Soll denn sowas? Link, ich weiß nicht, was du da machst, aber es ist auf jeden Fall ziemlich... ...nervig. Ähm, so. Wir müssen da hin. Nee. Das ist die falsche Richtung. Aber hier ist doch auch mein Marodus, oder? Nee. Das ist auf anderen Seite. Wo ist Marodus denn jetzt schon wieder? Dieser Penner hat sich nach unten verkrümelt. Und was willst du? Meine Fresse. Die Wii U ist da hinten. Ah, das ist das Problem. Ein Meter weit weg. Oh, geht mir das auf den Sack hier? Stirb. Oh, ich bin gleich magieleer, ey. Hi. So, dich muss ich nochmal besiegen. Oh mein Gott. Wie soll ich den besiegen, ohne dass ich sterbe? Oh mein Gott. Oh, sie umzingelt mich. Oh. Was? Ich hab doch die Bomben da... ...raufgelegt. Lass mich doch hier durch. Ich... Die haben mich... Ich konnte nichts tun. Ich konnte nichts tun. Die haben mich in die Ecke gedrängt und abgestochen. Für mein Pausenbrot. Sind wir Berlin-Kreuzberg oder was? Und das regt mich noch mehr auf. Was soll das mit dieser fucking Kommunikation? Geh mir nicht auf den Sack, Alter. War das ne Scheiße oder war das ne Scheiße? Meine Fresse. Na toll. Jetzt sind wir hier wieder ganz am Anfang. Also... Nicht so problematisch, wenn ich wüsste, wo... Das Erste... Oh mein Gott. Meine Magie ist fast leer. Wenn ich wüsste... Oh, ich brauche ne Flasche. Mehr als dieses kleine Ding. Na gut. Passt schon. Mann, Mann, Mann. Wie kann man denn bitte so gestört? Also gleich rast ich vollkommen aus. Ehrlich. Woran liegt das denn? Ach, da unten. Boah, sag das doch. So, du kannst dich wieder begraben. So wie ich mich gleich begraben werde. So. Ah. Ist es die Batterie? Oh, das kann möglich sein. Meine Fresse. Jetzt kommt die Rache. Die Rache wird mein sein. Danke. Noch ein extra Drink. Oh mein Gott. Ich werde euch sowas von fertig machen jetzt. Nimm... Friss das, mein Freund. Diesmal ist es keine positive. So. Geschmacksexplosion mit dir. Hä? Also, oh mein Gott. Ja, friss das. Mein Freund. War das nicht die totale Zerstörung? So, und du auch. Zack. Reicht jetzt hier. Hier wird aufgeräumt. So, und ich hoffe, ich kann jetzt von hier aus die Sonate des Puppenspielers spielen. Ähm. damit ich den guten Maronus bekomme. So, links nichts, 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 nichts. Also, dieses Spiel wollte ich doch... Ja, es ist, es ist der Akku. Es ist der Akku. Ach. Was ist eine Schamtat hier? Warum... So ein Teufel lädt das denn nicht ordentlich? Komm, du schaffst es. Ja, 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 ja. Sehr gut. Ich weiß nur nicht, wo mein wunderbarer Link ist hier. Auf der anderen Seite hier irgendwo. Oh mein Gott, ja, ich muss ja landen. Ich verstehe schon. Alles okay. Fall nicht wie ein Stein, bitte. Er fällt wie ein Stein. Aber er hat es geschafft. Oh, oh. Mann. 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 Sich so fallen lassen, darf man nicht mal in einer Beziehung. Das ist ja... Das ist ja... Bargemutig, lieber Maronus, was du hier machst. So, komm. Das ist ja voll niedlich. Guckt euch das an. Was? Warum? Das ist nicht niedlich. Ich... Ich ändere meine Aussage komplett. Da musst du reden. Oh, Maronus, Alter. Dich an eine Stelle zu bekommen, ist ja das Schlimmste, was... Ich je gemacht habe im Leben. Oh mein Gott. Was für ein Profi bist du. Ich bin unschuldig. Schnauze, Alter. Ich weiß genau, dass du Profi bist. Das habe ich doch gerade gesehen. Das war ja todesdreist hier. So, hier müssen wir rein. Denn da hinten am Ende ist nämlich noch... Oh Gott. Hier müssen alle Gefahren beseitigen. Eine Schatztruhe. In einem dieser Schatztruhen... ...wissen wir ja auch, was zu tun ist. Oh nein. Die Schattengrabscher könnten hier überall sein. Oh, ich höre sie sogar schon. Oh, ich höre sie schon. Ich kann den nicht einfach runterwerfen, ne? Nein. Das kannst du Gott schnell vergessen. Nimm deine dämlichen Griffel da weg. Oh. Ich habe dich ins Reich der Schatten verbannt, mein Freund. Oh. Was ist denn das heute? Für ein Part, sag mal. Mann, 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 Mann. Und ich bin Part. Ich bin auch noch Teil davon. Kann ich mit Maronus hier irgendwo durchfliegen? Nee, das war schlecht. Nee, das war nicht schlecht. Komm, noch mal. Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Ich sehe schon. So, mein Freund. Du bleibst mal eben hier. Und ich werde mich um dieses Stück Scheiße kümmern. Ein Griff ins Klo wäre besser für dich, mein Freund. Zack. Du stehst praktisch nur aus Arm, aber hast nichts im Griff. Was soll man dazu sagen? Ähm. Komm ich denn eigentlich? Ah, ja. Oh, mein Gott. Das hätte auch jetzt sowas von schief gehen können. So, ich kümmere mich eben mal kurz darum, was da oben so ist. Und bis gleich. Mach keinen Unfug. So. Nimm das und nimm das. Maronus. Du hole Maronus. Jetzt werde ich dich wiederholen. Links. Nichts. Rechts. Nichts. Übernahme. Ich dringe tief in deinem Geist ein. Oh, mein Gott. Und das würde ich so gerne machen. Ich würde auch gerne so laufen und durch die Gegend rasseln. Puh. Das ist ein Säbelrasseln, was ich aber eher veranstalte hier mit Link. Zack, Treppe, Treppe. Ah, ah, wie er die Treppen raufläuft. Das ist ja der Oberhammer. Ring, ring. Du bist nur meine Marionette in diesem Spiel. Ich hege gar keine Sympathien für dich. Nein. Wirklich gar keine. So. Jetzt müssen wir die Hymne spielen. Jetzt halt die Schnauze. Lieber Maronus. Dem habt du gar nichts gesagt. Genau das meine ich. Du bist so süß, wenn du überhaupt irgendwas sagst. Selbst wenn du denkst. Los, spiel mit mir die Hymne des C4-Gottes. Oh, ja. Er spielt nicht mal richtig. Er chillt einfach. Er so, ah, ich breche zusammen. Ist das ekelhaft. Viel zu moderne Musik für mein Alter. Oh, sagt dieser Stein. Oh mein Gott. Und ich habe ihn mitgenommen. Das kann ich. Das habe ich jetzt nicht getan. Komm. Beide. Boom. Jetzt wird es. Jetzt wird es kritisch. Boah. Was mache ich jetzt? Boah. Okay, komm. Irgendeiner wird. Boah. Was? Dreist. Kann ich ihn irgendwie so besiegen? Den muss ich so besiegen. Ich habe gefühlt keine andere Wahl. Oh mein Gott. Nicht mit mir. Dieser andere hat seinen Rücken geschützt. Was für wahre Freunde. Licht und Schatten. Aber so doch nicht. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Oh mein Gott. Ich werde so sterben. Warum bist du so schnell? Nein, nein, nein. Komm mit. Das ist schon richtig. Oh mein Gott. Ich muss ihn. Im 1 gegen 1 kann ich den. Viel besser besiegen. Oh. Dunkler Ritter. Ha. Der Finsterne ist diesmal nicht mein Freund. Oh mein Gott. Was? Komm schon. Konter. Ja. Ich ziehe dich aus. Oh mein Gott. Jawohl. Ich ziehe dich aus. Habe ich gesagt. Stirb doch. Dein Karate kannst du auch vergessen. Deinen schwarzen Gürtel hast du dir nur gekauft. Und zwar auf Wish, mein Freund. Oh mein Gott. Das war so knapp ein Treffer und ich wäre am Arsch gewesen. Aber ich habe sie einfach ausgezogen. Als wären sie meine Babys. Denn ich bin euer Vater. Im Kämpfen. Bam. Alter. Das hat Spaß gemacht. Nicht mal Leichen hinterlasse ich. Die verwesen so schnell wie die Resi-Zombies bei Code Veronica in meinen Streams. Kann ich nur empfehlen. Lustiges Spiel. Oh, wir haben den Master-Schlüssel. Der große Schlüssel. Und ich brauche gleich meine große Schüssel, damit ich mich entledigen kann vom Schmerzen dieser Welt. Das läuft, das läuft. Das wusste ich. Maronus, hast du gesehen, wie man kämpft? Das war anstrengend und hart. Okay, yo. Was geht ab? Ich bin Rapper. Was bist du? Ich habe die Gegner alle nackt gemacht. Sie hatten keine Chance. Aha. 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 Was hast du gesagt? Hast du ein Problem mit mir? Keine Ahnung, was das soll, aber das war lustig. Ähm. So, ich werde sowieso eher daran sterben. Nicht am Kämpfen, sondern dass irgendwas passiert. Das war sehr spannend, würde ich sagen, jetzt hier gerade. Aber wir haben noch einiges vor. Ganz unten ist noch irgendwie ein Weg, den ich nicht gesehen habe. Ach, ich glaube, ich weiß sogar welchen, oder? Da komme ich da hin vom Erdgeschoss aus. Okay, da muss ich jetzt wieder zurück. Das ist ja wunderbar. Ich hände es. Einfach ein Brett. Dieses Lied. Davon soll... Guck mal, man hat nicht mal ansatzweise Gefahr hier. Ich weiß auch nicht. So, hier ist auch nichts mehr... Die sind so lächerlich, die Dinger. Die müssen ein bisschen schneller gehen. Das würde ich lustig hören. So, wir müssen da hin. Das ist der richtige Weg. Dass ich immer auf dem richtigen Weg bin. Ho, ho. Unfassbare Story, meine Freunde. Glaube ich nicht. Kann ich ja fast nicht glauben. So. Ich glaube, bevor ich darüber fliege, muss ich erstmal Maronis übernehmen. Denn mit links nichts. Rechts nichts. Der sogenannten Sonate des Puppenspielers ist mir alles möglich. Ich glaube, ich warte lieber ab, bis der Wind nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist für Maronis besser. Oh mein Gott, er verliert diese Energie trotzdem. Oh mein Gott, wird er es schaffen? Er wird es nicht schaffen. Er fällt... Was ist denn das für eine Scheiße hier? Wer hat das erfunden? Okay. Das war nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber ich muss hier einfach nur runterfallen. Das ist doch viel schlauer. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe vor dem Gegner, da. Warte mal, muss ich vielleicht diese ganzen Steine kürzen hier? Ja, rückwärts, Alter. Er kann den Moonwalk extrem und das in der Luft, Alter. Oh, versteck dich lieber, bevor der dich sieht. Oh mein Gott. Er greift mich an, oder? Nee. Hilfe. Hilfe. Verpiss dich. Was macht der denn? Zieh dich doch einfach. Ich habe kein Interesse an dir. Okay, wir müssen uns beeilen. Der Maronus, ey. Spiel dir verstecken mit dem Gegner. Ist ja voll knuffig. Aber mach dir keine Sorgen, Maronus. Ich komme, um dich zu retten. Komm schon. Oh. Da bin ich. Was? Der hat dich bedroht? Hä? Würdest du es nochmal machen? Alles klar, stimmt. Der kam mir eindeutig zu nahe. Der hat den Corona-Abstand nicht eingehalten. Da musste ich ihm zeigen, was er zu tun hatte. So, Maronus, das war sehr tapfer von dir. So, wir müssen nämlich hier hin. Dann wisst ihr noch, was hier war. Genau das war da. Das kannst du vergessen. Werter Freundin, Rico. Ich glaube, dein Interhaken könnte sich an den Bäumen, die ich gepflanzt habe, festhaken. Probier's doch mal aus. Alles klar, das mache ich doch gerne. Und du? Kopfschuss. Ah. Ein bisschen Nacken fürs Denkvermögen. Aber du kannst anscheinend nicht um die Ecke denken. Denn du bleibst immer an derselben Stelle stecken, mein Freund. Deswegen musste ich ihn um die Ecke bringen. Vielleicht schafft er es jetzt, um die Ecke zu denken. So, da oben habe ich auch noch vom weiten Todesgrabscher gesehen, als ich in den Land gegangen bin. Deswegen mal sehen. So. Zack. Na gut. Komm her, zah. Komm her, zah. Ah. Ja gut. Meine Energie ist das. Ich bin dem Ende geweiht, meine Freunde. Ich bin einfach so gut wie tot. So, wie machen wir das? Ja, ich weiß. Ich muss das Ding nur laden, oder? Der Akku ist jetzt vollkommen im Arsch. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, der ist einfach nur fast leer. Weil ich den letztes Mal nicht an der Steckerdose gelassen habe. Und dieser Wii U Gamepad ist ja schon nur mal ein bisschen älter. Oh mein Gott. Das war knapp, Maronus. Du wärst fast... Du wärst fast deine Eingeweide in dieser Schlucht da unten verteilt. Alter, unfassbar, Maronus. Das kannst du uns doch nicht antun. Wir würden dich vermissen. Und vor allem, ich brauch dich noch. Ich muss dich noch nutzen, eher, die ich dich hier wie einen alten Baum vergammeln lasse irgendwann. Oh, das sieht nicht gut aus. Versteck dich mal hier, mein Freund. Wir verstecken uns im Gras. Oh, das war schlecht. Oh mein Gott. Nein, ich weiß genau, was du willst. Okay, den kann man so nicht. Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich wusste doch, dass ich den da nicht ranziehe. Aber Gott sei Dank kommt der Rauch nicht so schnell mit. So. Ja, das habe ich mir gedacht. Ha! Stirb! Ich habe schon härtere Kopfnüsse knacken müssen. Tja. Okay, wie komme ich da hin? Ich muss die Feuer besiegen, aber wie? Probera? Ich komme da ja... Ich muss mit Maronus da erstmal hin. Oh, Maronus. Ich höre, du zitterst schon vor Angst. Na gut, dann übernehme ich dich mal wieder. Dann wird die Angst auch gleich nicht mehr so doll sein. Siehste? Wenn du weißt, dass ein Profi dich übernimmt... Na, ein Profi dich übernimmt. Im Sinne von... Der übernimmt dich und übernimmt sich wahrscheinlich. So, wunderbar. Das hast du schön gemacht. Danke für deine kleine Spende. Ich werde jetzt weiter nach oben klettern. Ich glaube, von hier dürfte es mir möglich sein. Diesen Dickschädel... Bam! ...zu vernichten. Ach, da unten stirbt man nicht direkt. Direkt. Das ist ja schön. Was sagt eigentlich die Karte zu dem Raum? Nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Okay, komm. Das kriege ich doch auch so tot. Ja, wo willst du denn hin? Oh, willst du mich verarschen, oder was? Komm. Ja, komm, er dreht ab. Du verarschst mich doch. Wollte ich gerade sagen, jetzt wird's geköpft. Was schon geköpft ist. Mein Freund und Kupferstecher. Haben wir da unten irgendwas Besonderes? Ich weiß es nicht. Wir können ja keine Items mehr hier in diesem Raum finden. Die einzige Kiste ist noch ganz unten. Ah, gut, ne. Das hat wohl nichts zu sagen. So, gehen wir mal ein bisschen lieber zurück. Das war wichtig. Ich kenne mich. Ich weiß, ich fall gerne bei so einer Scheiße runter. Da lasse ich mich ganz entspannt fallen, weil ich mich zu sicher fühle. Das ist, äh, nicht mit Absicht. Vielleicht unterschätze ich die Situationen immer. Ah, genau. Wachse, lieber Baum. Wachse. Und zwar meine Beinhaare. Nein, tu's nicht. Beinhaare sind vollkommen... Alter, ist in Ordnung, Maronus. Maronus wollte seine Flügel nicht wegmachen. Er ist ein Engel. Ich wusste es schon immer. Guck mal, er ist einfach ein Engel. Oh, was ein Engel. Okay, ein Todesgrabscher. Da bin ich jetzt respektvoll dem gegenüber. Wenn ich da oben drauf landen könnte, wäre das ziemlich krass. Aber das bringt mir genauso wenig. Da kann ich auch gleich hierbleiben. Hier kann ich nämlich... Link! Äh, scheiße. Ich muss trotzdem so oder so fliegen. Ich muss es mit ihm so oder so riskieren. Das ist ja voll der Scheiß. Ich muss es mit ihm sowieso riskieren. Und es probieren. Samen zu verteilen. Neben der Hand. Nicht mit der Hand. Sondern so weit es geht, am besten ohne diese Hand. Geh mal bitte... Ich geh mal hier nach ganz hinten. Mal sehen. Teste mal meine Grenzen. Okay, hat er mich? Sieht er mich? Nein, er sieht mich nicht, oder? Oh mein Gott. Hier. Nimm das. Uh. Okay. Ich geh lieber in den Rasen rein. Okay, ehrenwerter Held. Danke. Das hast du wunderbar gemacht, mein Freund. Marono. So, was willst du, hä? Hier. Steck dich. Kaputt. Ha. Genau. Verkriech dich in dein dämliches Loch. Oh, da könnte man auch schon wieder... Nein, nein, nein. Lassen wir das. Ha, erwischt. Du dachtest so, du kannst dich von mir verstecken, dein Freund. Aber das ist nicht der Wahrheit entsprechend. He, 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 ho, 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 ho. Ah, hier, hier, falls man sich irgendwie hier hingeglitscht hat, muss man es mit Maronus öffnen. Ist ja süß. So, was haben wir denn jetzt? Ah, oh, das sieht gefährlich aus. Aber in der Liebe vielleicht sogar eine ehrliche Kaut? Ich weiß es nicht. Ich hab ein bisschen Respekt davor. Aber Rubine nehm ich mir gerne mit. Über tausend, das fetzt richtig rein. Wer hält da noch mit? Auf, Tritt und Schritt und Tritt. So, Maronus. Flieeeegg. Was? Lande. Was, ich bin tot? Nein. Da, Link. Nein. Game over. Scheiße. Speichern wir den Lachs. Ein paar Minuten haben wir vielleicht noch. Oder wäre das die Zeit aufzuhören? Wir gucken mal, wo Maronus rumchillt. Wo zum Teufel ist Maronus hin? Oben. Das ist nicht sein verschissener Ernst. Wobei, das funktioniert. So, mit drei Herzen. Komm. Das können wir alles verschmerzen. Maronus, du wohnende Maronus, mein Freund. Ach, du verpiss dich. Du verzieh dich ebenfalls. Tschüss. Ah, schnell. Bevor ich sterbe. Wollte ich gerade sagen. Huh. Bin mir sicher, dass unten auch noch so ein Fass ist. Wo ist denn der? Oh, und das Ding bewegt sich jetzt auf einmal. Oder nur mit dem Wind. Ist ja witzig. Soll das das gefährlicher machen hier? Verstehe ich nicht. Krass. So, Maronus. Ich komme. Ha. Das war knapp. Das war knapp. Beinahe hätte ich vergessen umzuschalten. So. Gut. Dass das so einfach ist. Hier oben bin ich. Er wird mich niemals entdecken. Er wird mich niemals entdecken. Okay, doch. Von der Entfernung hat er mich schon längst entdeckt. Siehste. Er ist immer fokussiert auf mich. Ich glaube, ich fühle mich wie sein Vater. So. Diesmal fallen wir. Oh mein Gott. Punkt genau. Ich habe ein ganzes Herz verloren. Ah. Ja, ja, Gamepad. Es ist vollkommen in Ordnung, dass du ein bisschen schwächelst. So. Wir sind jetzt hier unten gelandet. Und ich weiß nicht. Oh mein Gott. Kein Auftrieb. Aber das ist gefährlich. Hier. Rasier dir mal die Haare. Besseren Friseur gibt es nicht als diesen Rotor. Boah. Propeller. Oder was auch immer das sein soll. Oh. Was ist das denn? Okay. Oh. Dieses Rätsel ist doch... Leicht zu lösen. So. Flieg weg. Schade. Ach man. Muss ich jetzt echt extra die Sonate dafür spielen? Das ist ja voll dumm. Der so. Dieser Song, der geht mir schon. Wobei ich könnte auch als Link... Man kann beides machen quasi. So. Wir haben es geschafft. Oh. Okay. Das war... ...mehr oder weniger unpraktisch. Wofür war das denn jetzt gut? Dankeschön dafür. So. Maronus. Komm mit. Gut, dass wir dieses Rätsel gelöst haben, was wir nicht brauchten. Haha. Oh. Hast du dich gesellt, dass ich hier zu uns, war? Gut, dass wir schon Schlüssel haben. Bam. So. Was sagt denn die Karte? Hier. Ich will noch diese letzte Kiste haben. Das wäre... Oh mein Gott. Eine Ehre. Erstmal killen wir natürlich den. Kommt er mir näher? Fuck. Wo ist er? Da. Alter, der soll sterben. Dieser Mestsau. Okay, kann ich die irgendwie leichter killen? Ach, Mensch. Das nicht jetzt. Ich bin doch gleich fertig. Es ist eine Kombination, glaube ich. Aber ich glaube, ich kann doch bestimmt auch Bomben nutzen, oder? Ähm, so natürlich... Wie wirft man die denn? Tatsächlich. Unfassbar. Eine Bombe und er liegt. Scheiß, Dreck. Aber hier, nimm das. Komm. Fall auseinander. Jawohl. Nimm das und... Stirb. Ah. Damit haben wir schon mal einen erledigt. Uns diesem hässlichen Mist viel erledigt. Wir haben im letzten Dungeon schon viel mit euch zu tun gehabt. Wird Zeit... Oh mein Gott, ah! Oh mein... Jawohl. Diesmal konter ich dich vollkommen aus mit der wunderschönen Bombe. Bam. Letztes Mal war es noch ein Duell der Ehre. Jetzt habe ich keinen Bock, mich mit dir rumzuschlagen. Oh was? Ich muss das Ding zerstören damit. Mann, Mann, Mann. Nach einer Bombe fällst du auseinander. Das kenne ich. Diese Schläge verteile ich gerne mal. Zack. So. Kann ich das hier... Kannst mich nicht runterziehen. Was ist das denn? Bin hier unten. Komm her! Hm. Oder auch nicht. Ich kann dich auch so besiegen. So ist kein Problem, mein Freund. Ähm, aber... Brauche ich noch dein Item eigentlich? Nee, ne? Kann ich dich auch so besiegen eigentlich? Oder ziehe ich dich zu mir? Jawohl! So will ich das sehen. Bam! Stirb! Kartoffel. Und sie nicht. Okay. Ich muss auf jeden Fall... Bevor ich das beende... Ey, kein Gegner. Man kam auch schon vor. Ich will es nur sagen. Ein Gegner gewesen? Hab ich nicht gesehen, deswegen... Komm! Nein! So, weiter nach oben. Du kannst mich nicht runterziehen. Denn mein Enterhaken zieht mich immer hoch. Und meine Laune auch. Vielleicht sollte ich mal nach ganz oben. Vielleicht haben wir da... Haben wir da was? Zack. Jawohl. Wir ziehen uns hier hoch. Ey, ey, ey. Was ist das denn? Achso, so kann ich die... Äh... Ah, wir sind... Stirb! Du elendiger Lutscher. Ha, ha, ha! Nein! Oh, nein. Oh, alles klar. Cool. Eine Kiste. Eine Kiste. Die öffnen wir doch natürlich. Jede Kiste, die wir sehen, fassen wir... Nein, das macht man natürlich nicht. Das gehört sich nicht, meine Freunde. Aber... Diese Kiste schon, denn dort ist eine Schatzkarte. Und diese Schatzkarte bekommt man im C4-Tempel. Und zwar... Im U1 ganz unten. Ein Raum vor dem Endgegnerraum. Der Endgegnerraum, also... Der Endgegner ist unten rechts. Da ist ein langer Gang. Und dann ist da noch ein Raum mit einem langen Gang. Und dann ist da ein kleiner Rundergang noch, bevor es zu diesem Hauptraum mit dem Ventilator geht. Und, äh... Man muss... Auch diese komischen Masken runterziehen und alle Gegner in diesen Raum besiegen. Guck mal, diese Maske zum Beispiel ist keine von denen, die man da runterziehen musste. Aber da drunter verbergen sich Gegner und, äh... Die muss man auch besiegen und dann kommt diese Kiste. Ja, geil. Eine Schatzkiste. Ist das nicht schön? Damit schmücke ich mein Leben aus. Und sage, ich habe meinen Schatz gefunden. Und er trägt nicht mal deinen Namen. So wunderschön und wertvoll. Nicht so wie du. Ha, ha, ha. So. Darüber muss ich doch noch, oder? Hm. Ha. Was will dieses Spiel von mir? Es will, dass ich hier rüberfliege. Herausfinde. Warte mal. Da muss ich mit den Schuhen rauf, ne? Ja. Das sieht ganz anders aus. Ist doch da auch abgebildet. Boom. Oh mein Gott. So. So. Da sind wir aber hart gefallen, meine Freunde. Mann, mein Mann. So wie meine Gegner. Alle meine Gegner. So, dich nehmen wir mal eben. Ich benutze ja nie die Gegnerwaffen. Ich finde das aber sehr charmant übrigens, dass das überhaupt geht. Aber ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Die letzten beiden Gänge. Da kommt nichts mehr. Außer wir kommen in diese Gänge. Hoffentlich. Im nächsten Part. Und beenden diesen Dungeon. Maronus, es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten in diesem Part. Der nächste Part wird unser letzter Part sein. So, liebe Freunde. Deswegen hoffe ich doch auf ein wunderschönes Like. Ein Daumen nach oben, meine ich. Ist immer gut. Ein Daumen nach oben. Immer schön zum Proktologen. Diese Vorsorgeuntersuchung der Prostata ist wichtig. Deswegen immer schön den Daumen oben halten und das nächste Mal wieder einschalten. Und auf Wiederspielen!